hohe leute ich hier sagen bis an mein name ist haffeld und willkommen zu einem kleinen video in dem video möchte ich aber über ein anderes game sprechen denn nicht über nostril denn ja das ist lustig dass sie denn so genau über aber drei genau in der oberhaupt von s1 also sie hallo genau sucht oder halt gesucht oder er sucht da ja nach dem spieler für aber drei genau ich werde da unten da ich weiß nicht ob ich die ip aber werte interesse an aber drei wer interesse hat sollte sich bitte in der beschreibung und nicht in der beschreibung sondern kommentaren sich melden und mir dann bescheid sagen da kann ich euch die daten geben oder euch oder euch die test daten erst gegeben und dann wird er euch die regeln dazu sagen und ich muss mit petagra machen und euch dann die regeln sagen ich spiele ich mit pentagram was begibt sich zu zaubertum 4 beim fern und tempel wir müssen dahin okay genau genau könnt euch melden ich bin spiel sanitäter und und adrc er ist halt der admin in opfunden selber passen 64 leute oder 66 leute waren es und es wäre schön wenn der einen oder anderen kommen würde ich würde vielleicht die witte wenn ich aber drei vielleicht sagen jetzt sich das blendern die lustige zähne draußen und halt dann genau und dann genau die lustigen 10 und vielleicht eventuell dann auch spielen ja genau also wollte ich euch damals so lang und dann fangen dann erstmal mit dem neuen let's play an so sagen jetzt zum hauptsächigen display genau so irgendwie habe kopf es vier als office 1 s 1 langweilig genau und dann noch was wegen dem gewinnspiel ich habe gewünscht wie vorverkackt ich dachte es wäre april erst april also das war kein april schatz kann das war kein april schatz aber wir müssen dahin ich dachte es wäre erst april weil ich wollte es eigentlich beim ersten april des hochladen aber ich habe es im märz auch geladen und irgendwie falsch und ich wollte es gewünscht ihm am märz april mai also im ersten mai dann zu ende bringen aber ich habe es irgendwie zu früh ja ich werde wahrscheinlich so mag dass dann fünf leute in der pädel gewinnt soll also jeweils zehn euro also 15 euro passive grad welchen gewinnspiel machen genau weil ich finde ich glaube müssen jetzt aber tun genau weil ich finde das ist ich finde mental eine scheiße ganz ehrlich ihr könnt euch dann was beim steam kaufen oder beim hostel wie ihr es möchtet meine mutter ist gerade gegangen und ich da noch eine sache ich werde wahrscheinlich bei anderen youtube an meine videos hochladen also jetzt kein neues videos sondern meine den videos meine video videos die werde ich dann bei einen anderen youtube hochladen also bei meinen bei mir auch besetzt entspricht mit melk und weg und ich möchte mal wieder meine eier decken ok immer mal welkom wie du möchtest jetzt gerne meine lollis also was er sucht dich auf den server man wie lang gibt es erst wir schon ich habe nicht lange oder drei jahre ich weiß ich konnte mir nicht das konnte sofort ob das selber seit gestern gibt so kommt es mir vor ja also ich weiß ich war nicht mehr so viel die große videos ich habe nichts dafür wenn ich keinen bock habe magic ist hallo der ist voll cool der typ was hat seine scheiße ernst wieso andere ich habe auf s1 sowas von bin ich bock irgendwie wird man mag aber ich bin echt gespannt wegen 86 also mal sehen eigene macht mich traurig ich hatte eine genau also es heißt was wir gar kein fand ich weiß ich mag dieses heidelberg irgendwie nicht läuft ok darf ich da rein so wie es einfach so mal andere andere feld machen eigene fernbach die kleine schlag wieder hier jetzt muss ich jetzt schön es ist hier adventure vertrete alles klar zwei kurze der abenteurer fern so alle sind zu 90 klatschen zu alles weg man wird sie ein platz besorgen ja danke so prozent prozent haben medien austritt sind voll und haben ein paar anfragen ja kommt du bist so im war also nicht du bist wirklich gut so ist es schon immer gewesen wenn ich eine fan öffne also dass wir interessiert können dieser fan bei den aber dies ist ja schon vor die fan hahaha ich weiß ich soll ich mein ganzes es einzig auf s4 übertauschen ich schreibe mal oder ihn bin am überlegen auf s4 zu wechseln bin grad an dem video ich auch also noch nicht hat eins oh scheiß was hast du was ist wie es hier ist was er sich so er weil ich wieso ich denke über sie aber es ist keine welt egal für welt in der woche einer cool nein 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 ich weiß nicht aber sonst ich weiß ich vielleicht will ich wechsel nicht auf s4 aber ich glaube vielleicht werde ich etwas geld ausgeben auf s4 ja ok leute ich glaube das war es das war ein video tut mir leid ich dachte es wird was aber ich habe doch keine lust mehr ja also es war so ein video ich hoffe ich habe trotzdem gefallen und bis zum nächsten mal ciao